Hallo, Syntax-Vorlesung fünfte Woche. Wir sind also schon halb fertig, fast zumindest. Heute geht es im Speziellen um Nominalfrasen. Zunächst der Überblick, wie immer. Wir setzen eigentlich die Diskussion von letzter Woche fort, also es geht immer noch um Konstituenten und Phrasen. Wir schauen uns zunächst nochmal an, was die Köpfe der verschiedenen Phrasen sind und was ein Kopf überhaupt sein soll. und gehen dann auf die Struktur der deutschen Nominalfrase ein. Die ist ziemlich komplex, unter anderem, weil sie regierte Attribute enthält. Und das werden wir uns genauer anschauen. Zunächst aber jetzt nochmal, um das ein bisschen in den Kontext zu stellen, zur Frage, was hat Syntax mit Bildungssprache zu tun? Also was sind die bildungssprachlichen Funktionen, die wir mit verschiedenen syntaktischen Mitteln realisieren können? Das syntaktische System an sich ist relativ komplex. Das werden wir sehen im Laufe der nächsten Wochen. Verglichen zur Morphologie, wenn Sie sich zum Beispiel diese Vorlesung parallel ansehen, werden Sie feststellen, die Strukturen, die aufgebaut werden, sind recht komplex. Die Regularitäten sind damit kaum vollständig explizit erlernbar. Wir beherrschen natürlich die Syntax der deutschen Sprache, aber wenn es darum geht, dass wir sie explizit beschreiben können, dann haben wir eigentlich fast nie eine komplette Übersicht. Überall haben wir starke Interaktionen mit Semantik, Pragmatik. Da gehen wir in dieser Vorlesung nicht sehr intensiv drauf ein. Das sollten Sie sich aber auch vormerken, dass wir überall mit Semantik und Pragmatik interagieren. Das Prinzip, das dem zugrunde liegt, ist die Kompositionalität. Das ist die primäre Interaktion mit der Semantik. Und das zusammen erzeugt alles eine unglaublich hohe Komplexität. Wenn Sie allerdings in der Beherrschung, also nicht in der expliziten Beschreibung, sondern einfach in der Beherrschung dieser Formen und damit verknüpften Funktionen Einschränkungen haben, dann ist die Ausdrucksfähigkeit drastisch reduziert. Wenn Sie keine Relativsätze können, können Sie ganz viel Komplexität einfach nicht realisieren und damit bestimmte Dinge nicht in derselben Weise ausdrücken, wie wenn Sie Relativsätze benutzen. Und die Komplexität vor allem der schriftsprachlichen Syntax führt, wenn das nicht entsprechend beherrscht wird, zu Rezeptionsproblemen. Da gibt es natürlich auch Studien zu, das erfinde ich nicht einfach so. Es gibt aber durchaus die Fälle, wo dadurch, dass syntaktische Konstruktionen nicht beherrscht werden, tatsächlich die Rezeption von schriftsprachlichen Formen stark eingeschränkt ist. Damit belasse ich es an dieser Stelle. Ich will Ihnen damit ja immer nur sagen, das steht nicht einfach so im luftleeren Raum hier. Jetzt kommen wir zu Phrasen und Phrasentypen im Speziellen. Jede Phrase hat genau einen Kopf und wir werden sehen, die bestimmt den Typ der Phrase. Denn wir sehen hier verschiedene mögliche Köpfe aufgelistet. Also der Kopf kann ein Nomen, ein Substantiv oder ein Pronomen sein, ein Adjektiv, eine Präposition, Adverb, ein Verb, ein Komplementierer. Die alle können Phrasen bilden und zwar die zugehörigen Phrasen, die nach ihnen benannt sind sozusagen. Und zwar nicht nur benannt, sondern da hat es ein bisschen mehr mit auf sich. Also das Nomen bzw. diese beiden Arten von Nomen bilden Nominalfrasen, wenn sie in dieser Phrase als Kopf auftreten. Adjektive bilden Adjektivphrasen, Präpositionen, Präpositionalfrasen. Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Wenn wir uns hier Beispiele anschauen, dann sehen wir die Nominalfrase, die also ein Substantiv oder ein Pronomen als Kopf hat. Kann zum Beispiel so aussehen, die tolle Aufführung, Aufführung ist das Substantiv, also der Kopf, sehr schön, da ist schön das Adjektiv, der Kopf, in der Uni, das ist eine Präpositionalfrase, da ist die Präposition in der Kopf. Jetzt ist das so, dass diese Phrasen teilweise auch andere Phrasen enthalten. Das habe ich Ihnen ja letzte Woche gesagt, wir wollen im Grunde Generalisierungen dadurch erfassen, dass wir Wörter zu Phrasen zusammenfassen und deren Verhalten in anderen Phrasen und in Sätzen beschreiben. Das sind jetzt einfach nur Beispiele, wir reden über alle diese Phrasentypen noch im Detail. Und der Kopf, und das ist der Grund, dass es der Kopf ist, bestimmt den internen Aufbau der Phrase jeweils. Das heißt, wenn Sie sich jetzt hier zum Beispiel an die tolle Aufführung überlegen, naja, Aufführung hat ein festes Genus und das bestimmt das Genus der beiden anderen Wörter hier, nicht umgekehrt. Dadurch, dass hier Aufführung steht, können diese beiden, der Artikel und das Adjektiv, überhaupt erst im Satz vorkommen, in dieser Form, in dieser Funktion. Also das heißt, die gesamte innere Konstruktion der Phrase wird dominiert vom Kopf. Und außerdem bestimmt der Kopf, wie sich das Ganze nach außen verhält. Dass wir eine Nominalfrase als nominales Objekt zu einem Verb verwenden können, das liegt daran, dass es eine Nominalfrase ist. Eine Adjektivphrase kann das nicht, weil in einer Adjektivphrase ein Adjektiv der Kopf ist und das Verb nun mal sagt, ich hätte gerne ein nominales Objekt. In vielen Fällen. Es gibt auch andere Objekte, aber nominale Objekte, dann muss eben auch eine Nominalfrase kommen in einem bestimmten Kasus. Jetzt hatten wir über Wortklassen gesprochen. Und Sie sehen, es gibt eine Beziehung zwischen Wortklassen und Phrasentypen im Grunde. Und dadurch können wir jetzt fragen, wie viele Phrasentypen gibt es denn wirklich? Sie haben gesehen, der Phrasentyp passt zur Wortklasse des Kopfes. Adjektivphrasen haben ein Adjektiv als Kopf und so weiter. Das heißt, wir können maximal so viele Phrasentypen haben, wie wir Wortklassen haben. Das wäre das Maximum. Aber es sind nicht alle Wortklassen so, dass die Wörter, die in diese Klasse gehören, kopffähig sind. Das heißt, die bilden dann keine Phrasen. Das sind die sogenannten Funktionswörter. Heute geht es eigentlich nur um einen Phrasentyp und das ist der wahrscheinlich komplexeste, nicht satzförmige Phrasentyp, nämlich die Nominalfrase. Die Besprechung dieser Phrasentypen jetzt, die wird jedes Mal so aussehen, dass ich Ihnen Beispiele zeige und dann sage, welche Strukturen wir für diese Beispiele annehmen. Das heißt, ich überspringe ein bisschen die ganze Arbeit mit Tests, mit dieser ganzen Bastelei, die uns sagen soll, was ist denn eine vernünftige Annahme, was jetzt eine Phrase sein soll und was für eine Phrase, weil das einfach zu lang dauern würde. Das wäre einfach viel zu aufwendig. Wir würden im Grunde mehrere Semester brauchen, um das alles zu rekonstruieren. Aber Sie können jederzeit natürlich zum Beispiel mit den Konstituententests an diesen Phrasen ein bisschen rumdoktern. Das hier ist eine ziemlich volle NP-Struktur, die ein Substantiv als Kopf hat. Also die antiken Zahnbürsten des Königs, die nicht benutzt wurden. Was wir hier sehen ist eine NP, deswegen steht in diesem Baum oben das Symbol NP. Wir brauchen einen Kopf für so eine Phrase. Hier steht das Symbol N, obwohl es ein Substantiv ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass eben auch ein Pronomen der Kopf sein kann. Aber nach außen hin, syntaktisch, verhalten sich Nominalfrasen mit Substantiv als Kopf und mit Pronomen als Kopf gleich. Deswegen verwenden wir hier das Symbol NP, obwohl das eigentlich von der Wortklasse her wieder eine Abstraktion ist. Und was Sie sehen ist, dass diese NP wiederum andere Phrasen enthält. Zum Beispiel eine andere NP, einen Relativsatz, um den kümmern wir uns in ein paar Wochen, eine Adjektivphrase und dann hier vorne noch einen Artikel. Das ist keine Phrase, wie Sie sehen. Das liegt daran, dass Artikel in diesem Zusammenhang Funktionswörter sind und keine Phrasen bilden. Sie sind also nicht in sich kopffähig. Es gibt auch andere Syntax-Theorien. Da nimmt man an, dass auch Artikelköpfe sind. Und da ist dann die ganze Nominalfrasen am Ende eine Determinierer-Phrase, eine sogenannte. Das machen wir hier nicht. Wir machen eine andere Version, wo wir davon ausgehen. Das hier ist eine NP. Und hier vorne haben wir ein Funktionswort, was selber keine Phrase bildet. Wie Sie sehen, herrscht hier Kongruenz. Die Antiken und Zahnbürsten kongruieren. Darüber haben wir schon gesprochen. Und das ist charakteristisch für Nominalfrasen des Deutschen. Der Baum, das ist einfach nur eine Konvention, das muss man nicht so machen, wird über dem Kopf aufgebaut. Das heißt, wenn Sie so einen Baum zeichnen, empfiehlt es sich, das so zu machen, dass das Symbol hier oben über dem Kopf steht. Wir haben weiterhin hier ein sogenanntes inneres Rechtsattribut. Innere Rechtsattribute. Da haben wir zum Beispiel sowas wie eine NP im Genitiv. Die Zahnbürsten des Königs. Das ist ja eine ganz typische Struktur. Und Sie sehen, in dieser Nominalfrasen gibt es wieder einen Artikel und einen Kopf. Nämlich Königs. Und trotzdem, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Vorfeldtest machen würden, wenn das in einem Satz vorkäme, die antiken Zahnbürsten des Königs, die nicht benutzt wurden, wurden im Museum ausgestellt. Dann sehen Sie, dass diese ganze Einheit vorne im Vorfeld steht. Und das heißt also, dass wir das irgendwie in dieser größeren Struktur unterbringen müssen. Das ist ein sogenanntes inneres Rechtsattribut, so nenne ich das. In dem Fall eine Genitiv-NP. Das ist eine ganz typische Struktur. Und Sie sehen eben, dass in NPs auch andere NPs drinstecken können. Im Grunde kann in jeder Phrase eine beliebige Anzahl anderer Phrasen eingebettet sein. Das ist dann der Unterschied in dem Fall zwischen einem Satzglied und einem Nichtsatzglied. Das hier ist kein Satzglied. Die gesamte NP wäre in dem Beispiel, das ich Ihnen eben gegeben habe, ein Satzglied. Weiterhin haben wir hier einen Relativsatz, die nicht benutzt wurden. Wie gesagt, über die interne Struktur davon reden wir noch. Und auch wie die Kongruenz hier zwischen Zahnbürsten und dem Relativpronomen funktioniert. Relativsätze genauso wie Komplementsätze in der Nominalfrase stehen rechts von den inneren Rechtsattributen. Deswegen heißen die innere Rechtsattribute. Das war eine ziemlich maximale Nominalfrase mit einem substantivischen Kopf. Wir schauen uns jetzt eine Struktur mit einem pronominalen Kopf an. Ich habe ja eben gesagt, beides ist möglich. Da haben wir hier sowas. Einige des Königs, die geklaut wurden. Es könnte zum Beispiel in einem Kontext sein, wo vorher schon über verschiedene Arten von Zahnbürsten geredet wurden. Und dann einige des Königs, die geklaut wurden, wurden später wiedergefunden. Das wäre dann eine völlig akzeptable Nominalfrase, die wir auch entsprechend in einem Kontext verwenden könnten. Und Sie sehen hier, naja, das ist ein Pronomen. Trotzdem schreiben wir hier N, weil wir in der Syntax sinnvollerweise Substantive und Pronomina zusammenfassen zu N-Köpfen. Links vom Kopf steht hier nichts. Da kann auch nichts stehen. Die einigen des Königs, die geklaut wurden, das geht nicht. Das heißt, da kann nichts stehen. Das hat damit zu tun, dass das, was eigentlich links passiert, vor allem ganz links in einer Nominalfrase, wo dann der Artikel steht, hier beim Pronomen schon im Kopf selber passiert. Die sogenannte Determinierung. Da gehen wir nicht groß drauf ein. Das ist aber der funktionale Grund, warum das so ist. Das ist nicht einfach so jetzt ein Zufall. Die Determinierung schließt immer die NP nach links ab. Wenn das ein Substantiv hier wäre, kann das eben, wie eben gesehen, der Artikel tun. Das Pronomen macht das schon selber. Und deswegen kann in einer solchen NP, die ein Pronomen als Kopf hat, links vom Kopf einfach nichts stehen. Auf eine Sache möchte ich Sie noch hinweisen, nämlich, dass hier diese Dreiecke stehen. Die Dreiecke nehmen wir immer, wenn wir eine Struktur nicht weiter analysieren wollen. Das heißt, wenn wir sagen, naja, die innere Struktur von diesem Relativsatz, die interessiert uns gerade nicht. Oder wir haben sie noch gar nicht besprochen, wie in diesem Fall. Oder hier, das ist zwar eine NP, wir könnten da wieder einen vollständigen Baum zeichnen. Tun wir aber nicht. Wir kürzen das ab. Und dann macht man konventionellerweise eben so ein Dreieck, um anzuzeigen, ja, da ist Struktur. Aber die haben wir jetzt gerade meistens aus Konvenienz nicht weiter analysiert. Und das ist eben ganz wichtig, dass Sie aufpassen, wo Sie ein Dreieck machen und wo nicht. Da kommen wir aber auch noch dazu. Und bei den Übungen gehen wir da noch drauf ein. Wenn wir jetzt angeben wollen, über diese Beispiele hinaus, wie NPs im Deutschen so ganz allgemein aussehen, dann nehmen wir ein Phrasenschema in meinem Buch. Das kann man auch ganz anders machen. Aber wir nehmen jetzt ein Schema. Das ist einfach nur eine allgemeine Beschreibung, wie so eine NP aussehen kann. Und dann sehen wir das jetzt als endgültige Struktur. Ich habe ja letzte Woche immer gesagt, das ist alles vorläufig. Und hier sehen Sie jetzt die endgültige Version. Also wir sagen, eine NP muss enthalten einen Kopf. Das ist so invertiert, weil wir sagen, okay, das ist der Kopf. Das ist jetzt die allgemeine Beschreibung. Das ist keine Analyse. Das ist die allgemeine Beschreibung. Davor kann eine Adjektiv-Phrase stehen. Kann wird angezeigt durch die gestrichelte Linie und davor ein Artikel oder eine NP im Genitiv. Und dieses oder wird ausgedrückt, dass die beiden Dinge hier untereinander stehen. Rechts vom Kopf können die inneren Rechtsattribute stehen. Können, müssen nicht. Und dieser Pfeil sagt uns, naja, dieser Kopf hier kann die Rechtsattribute regieren, muss nicht. Aber viele Rechtsattribute, wie wir nachher sehen werden, sind regiert. Da wird zum Beispiel der Kasus vom Kopf substantiv festgelegt. Und dann können noch Relativsätze kommen oder andere Sätze eigentlich müssen, aber auch nicht. Sie sehen, das ist gestrichelt. Das ist die allgemeine Beschreibung, etwas verallgemeinert und etwas grob, immer noch der Nominalfrase im Deutschen. Wenn Sie eine Nominalfrase konkret analysieren, müssen Sie immer schauen, ob dieses Schema die Analyse, die Sie gerade anfertigen, auch lizenziert. Also ob die sozusagen abgedeckt ist, die Analyse durch dieses Schema. Das ist etwas, was wir üben werden und was wir auch noch immer wieder besprechen werden. Und um jetzt noch einmal klarzumachen, wie sich dieses Schema auswirkt auf tatsächliche Strukturen, gebe ich Ihnen noch einige Beispiele von typischen Nominalfrasen. Und da haben wir hier die drei Tische vor der Tafel, die heute fehlen. Die ist so ähnlich wie die mit den Zahnbürsten des Königs. Wir haben einen Artikel gefolgt von einem Adjektiv, das eine Adjektivphrase bildet. Jedes kopffähige Wort muss auch immer eine eigene Phrase bilden. Das heißt, hier muss eine AP stehen. Niemals ein nacktes Adjektiv, auch wenn da keine Wörter hinzukommen. Wir müssen sagen, okay, dieses Adjektiv in dem Fall ohne weitere Konstituenten bildet eine Adjektivphrase. Dann haben wir den Kopf, Tische, das ist ein Substantiv in dem Fall. Ein Rechtsattribut, das ist in diesem Fall eine Präpositionalphrase. Schauen wir uns nächste Woche an. Vor der Tafel, die heute fehlen, ein Relativsatz. Dann haben wir hier den Fall, wo nicht ein Artikel steht, sondern eine NP im Genitiv. Dann wieder eine AP, die nur aus einem Adjektiv besteht. Und ein Substantiv als Kopf. In dem Fall steht rechts nichts. Da könnte was stehen, muss es aber nicht. Wir haben ja gesehen, das war hängestrichelt und nicht eingekreist. Das heißt optional. Und wie wir dann hier sehen, ist eine Menge optional. Denn Orangensaft schmeckt lecker. Das ist eine wunderbare NP. Da haben wir keinen Artikel, keine Adjektivphrase, keine Rechtsattribute. Und keine Relativsätze oder Komplementsätze. Und dann sehen wir hier Fälle, wo links nichts stehen kann, weil der Kopf eine bestimmte Art von Wort ist. Nämlich zum Beispiel ein Pronomen. Da haben wir eben schon gesehen. Dann ist links alles blockiert. Wir können aber rechts durchaus Erweiterungen haben. Zum Beispiel Rechtsattribute. Jener dort drüben. Gefällt mir. Alle, die einen Kaffee möchten, bitte jetzt vortreten. Und bei Eigennamen kann links auch nichts stehen. Wir können aber zum Beispiel Rechtsattribute haben. Lemmy von Motorhead. Das sind typische Strukturen. Prägen Sie sich die ein. Dadurch entwickeln Sie hoffentlich dann ein Gefühl dafür, was Nominalfrasen sind. Sie können in jedem Satz natürlich wieder alle Konstituententests machen und dann gucken, was könnte denn der Kopf sein. Typischerweise entwickelt man aber einen Blick dafür, wie eine Nominalfrasen aussieht. Und damit kommen wir zu den eben schon mal erwähnten regierten Attributen rechts vom Kopf. Attribut ist übrigens nichts anderes als ein Sammelbegriff für alles, was da so in der NP drin ist, außer dem Kopf und dem Artikel. Das ist so, es gibt mehrere Arten, das zu definieren, aber das ist die Definition von Attribut, die ich verwende. Und dann schauen wir uns wieder Beispiele an. Die Beachtung ihrer Lyrik. Mein Wissen um die Bedeutung der komplexen Zahlen. Die Überzeugung, dass die Quantenfeldtheorie die Welt korrekt beschreibt. Die Frage, ob sich die Luftdruckanomalie von 2018 wiederholen wird. Die Frage nach der möglichen Wiederholung der Luftdruckanomalie. Was wir hier sehen, sind typischerweise solche Genitiv-NPs, rechts vom Kopf, oder Präpositionalphrasen, wie hier mit um und hier mit nach. Oder eben satzförmige, regierte Attribute wie das und so weiter und ob. Das sind ob und das Nebensätze, über die reden wir auch noch. So, jetzt behaupte ich, die sind regiert. Warum? Bei diesen regierten Attributen besteht in der Regel eine Korrespondenz zwischen einem Verb und dem nominalen Kopf. Was heißt das? Viele Substantive entsprechen einem Verb mit bestimmten Reaktionsanforderungen. Also verzieren zum Beispiel. Sarah verziert den Kuchen. Das ist ein sogenanntes transitives Verb, denn es hat ein direktes Objekt, ein Akkusativ-Objekt. Wir können daraus machen, die Verzierung des Kuchens durch Sarah. Da wird aus dem Subjekt hier eine Durch-Phrase, also eine Präpositionalphrase mit durch als Kopf. Und aus dem Akkusativ wird beim Substantiv dann ein Genitiv. Die Verzierung von dem Kuchen durch Sarah ist vielleicht ein bisschen umgangssprachlich, kann man aber auch machen. Und Sie sehen, dann wird halt hier eine von-Präpositionalphrase statt eines Genitivs aus diesem Akkusativ. Das heißt, wenn wir aus dem Verb in irgendeiner Form ein Substantiv machen, nimmt das seine Valenz mit. Es ändern sich nur die Kasus, weil wir in der NP keinen Akkusativ haben, sondern da dann eben ein Genitiv oder andere Optionen. Das heißt, der Akkusativ beim transitiven Verb wird gerne eine Genitiv-NP oder eine von-PP, also eine Präpositionalphrase mit von als Kopf beim Substantiv. Der Nominativ beim transitiven Verb wird gerne eine Durch-Präpositionalphrase, wie hier. Und beim nominalen Kopf sind im Gegensatz zum verbalen Kopf immer alle Ergänzungen optional. Sie können das jeweils alles weglassen. Sarah verziert geht nicht, aber die Verzierung ist überhaupt kein Problem. Das Subjekt und das Objekt bei Verzieren müssen stehen, aber die entsprechenden Phrasen-Attribute in der NP müssen nicht stehen. Es gibt jetzt noch Alternativen zu dem, was wir gesehen haben bei den Nominativen. Schauen Sie sich das an, jeweils erst die verbale Verwendung. Sarah rettet den Kuchen vor dem Anbrennen. Sarahs Rettung des Kuchens vor dem Anbrennen. Das heißt, da haben wir aus dem Subjekt, eigentlich aus dem Nominativ beim Verb, hier ein Genitiv gemacht, der vor dem nominalen Kopf Rettung steht. Wir sehen, der Nominativ beim transitiven Verb kann als sogenannter pränominaler Genitiv wieder auftauchen. Hier ein anderes intransitives Verb wohlgemerkt. Wenn wir daraus eine NP machen und also irgendwie dieses Verb hier zu einem Substantiv machen, wir haben über Wortbildung in der Morphologie gesprochen, wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie es vielleicht mal an, dann bekommen wir die Wirkung, der Schokolade ist gemütsaufhellend. Manche können auch sagen, der Schokolade Wirkung, wie gesagt, das ist so ein bisschen am Aussterben. Das heißt aber, hier wird der Nominativ dann beim Substantiv zu einem Genitiv, einem Nachgestellten. Die Wirkung von der Schokolade ist gemütsaufhellend. Da habe ich jetzt hier ein Fragezeichen gemacht. Naja, eigentlich geht das. Es ist halt sehr umgangssprachlich. Und wie ich gerade schon sagte, der Schokolade Wirkung, das ist jetzt sehr stark, da ein Sternchen hinzumachen, aber viele finden das einfach nicht mehr akzeptabel. Wir sehen, der Nominativ beim intransitiven Verb kann als prä- oder postnominaler Genitiv oder von pp beim Substantiv wieder auftauchen. Was wir hier eigentlich sehen ist, dass wir in der Lage sind, ganze Sätze in eine NP zu verpacken. Das heißt, wir nehmen einen Satz mit einem Verb und bauen daraus eine NP, die den gesamten Inhalt des Satzes enthält, aber eben als Nominalfrase, die dann in einem anderen, größeren Satzkontext weiterverwendet werden kann. Die NP erreicht also eine außergewöhnliche Komplexität, weil wir Sätze, das, was wir mit Sätzen ausdrücken könnten, auch in eine NP verpacken können. Martinas Freundin ist wieder zu Hause. Martina teilt ihr mit, dass die Pferde bereits gefüttert wurden. Was soll dieses Beispiel? Martinas Mitteilung an ihre Freundin, die wieder zu Hause ist, dass die Pferde bereits gefüttert wurden, kam gerade noch rechtzeitig. Und da sehen Sie, dass wir das, was wir hier mit Sätzen machen, in diese komplexe NP verpackt haben. Alles zwischen Martinas und wurden ist eine einzige NP. Wenn Sie den Vorfeldtest machen, sehen Sie, naja, das steht schon im Vorfeld. Sie brauchen also eigentlich für den Test gar nichts zu tun. Sie brauchen nur noch feststellen, dass Martinas Mitteilung an ihre Freundin, die wieder zu Hause ist, dass die Pferde bereits gefüttert wurden. Eine Nominalfrase ist ein Satzglied. Und wir packen die ein in einen Satz, wo wir eine zusätzliche Information hinzufügen. Dafür haben wir das. Wir können unglaublich komplexe Informationen verpacken und dann in einem Satz weiter mit zusätzlichen Informationen kombinieren. Jetzt der Baum für diese NP. Martinas Mitteilung an ihre Freundin, die, der ganze Relativsatz, das, der ganze Das-Satz. Wir sehen, die sieht genauso aus, wie das Schema zulässt. Wir haben eine NP im Genitiv vor dem Kopf. Und schauen Sie in das Schema zurück. Genau so beschreibt das Schema einen möglichen Typ Nominalfrase. Dann kommt hier ein inneres Rechtsattribut, diese Präpositionalphrase. Und in der Präpositionalphrase haben wir hier wieder eine NP mit einem Artikel vor dem Kopf. Hier war eine Genitiv-NP vor dem Kopf. Hier ist dann der Artikel vor dem Kopf. Der Relativsatz gehört zu dieser NP. Das kann man zum Beispiel versuchen, mit den Konstituententests herauszufinden. Und danach kommt hier so ein Das-Satz, dass das eine KP ist, werden wir dann in den nächsten Wochen noch besprechen. Sie sehen aber, die Komplexität ist nicht ohne. Und deswegen sollten Sie sich das gleich jetzt angucken, um nicht den Faden zu verlieren. Was machen wir dann nächste Woche? Im Grunde einfach da weiter. Wir schauen uns andere Phrasentypen an. Im Grunde alle anderen wichtigen Phrasentypen außer der Verbphrase. Weil darum geht es dann eine Woche später. Und das war es für heute. Ich danke Ihnen und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen.